Auch 2022 bestimmt wieder eine Frage den TV-Mittwoch, wer bekommt wohl die letzte Rose? In der 12. Staffel von der Bachelor sucht Dominik Stubmann nach der großen Liebe und wenn es nach den Fans geht, kann es am Ende nur eine für ihn geben. Dominik Stubmann sucht in Staffel 12 von der Bachelor nach der großen Liebe. Von 24 Kandidatinnen sind nach Folge 9 nur noch zwei Frauen im Finale. Auf dem RTL Premium Account kann man bereits sehen, welche Kandidatinnen in Folge 9 die Show verlassen. Vorsicht Spoiler! Spoiler! Wenn es nach den Zuschauern und Zuschauerinnen geht, gibt es schon jetzt eine klare Favoritin. Wer bekommt die letzte Rose und ist diejenige auch die richtige für Bachelor Dominik Stubmann? Die bisherige Bilanz der RTL Kuppelshow ist bisher leider nicht so rosig, Keiner der bisherigen Bachelor ist noch mit seiner TV Auserwählten zusammen. Ob es bei TV-Liebling Dominik besser läuft? Vorsicht! Ab jetzt folgen Spoiler für Folge 9. Leser sind einig, sie wird die Gewinnerin sein und die letzte Rose vom Bachelor bekommen. Die Promi-Boom-Leser und Leserinnen haben fleißig abgestimmt. Welche Kandidatinnen von der Bachelor haben die besten Chancen auf die letzte Rose? Die unangefochtene Nummer 1. Anna, Angestellte im öffentlichen Dienst aus Hamburg. 70 Prozent, die abgestimmt haben, rechnen Anna Chancen auf die letzte Rose aus. Nach vier Jahren soll das Single-Dasein für Anna endlich ein Ende haben. Nach drei gescheiterten Beziehungen will sie sich in Mexiko in das Abenteuer ihres Lebens stürzen und ist bereit für Mr. Eid. Ob das im Fernsehen gelingt? Anna RTL Achtung! Es gibt auch schon einen richtig dicken Spoiler zu GNTM 2022, denn für Fans steht schon fest, welche Kandidatinnen ins Finale kommen. Wenn es nach den Fans geht, hatten auch diese Kandidatinnen Chancen auf das Herz des Bachelor. Auf Platz zwei lag bis zum 10. März Nele. Mit 62 Prozent war die Influencerin eine heiße Favoritin für die letzte Rose. Sie bekam in Folge drei den ersten Kuss von Dominik. Musste in Folge neun die Show aber leider verlassen. Nele RTL Somit rückt auf Platz zwei Juliana Maria aus Marbella. Sie bekommt 53 Prozent. Schon als die Unternehmerin in Folge 1 aus der Limousine stieg, konnte Dominik seine Begeisterung nicht verbergen. In der Woche drauf bekam die selbstbewusste Wahlspannierin nicht nur das erste Einzeldate, sondern nach einem Fallschirmsprung und gemeinsamen Stunden im Pool auch die allererste Rose der Folge, und das noch vor der offiziellen Rosenvergabe. Sie und Anna stehen also im Finale und es wird spannend, für wen sich der Bachelor entscheiden wird. Und es wird erscheint, für die untertitelung des ZDF für funk, 2020 zu verabschieden, als die ZDF für funk und die ZDF für funk und die ZDF für funk und die ZDF für funk.